Was kommt hier bitte? Ja gut, ich denke in der ersten Halbzeit war es halt ärgerlich. Weil wir in der Bespieler haben wir noch einmal darauf hingewiesen. Dass er halt einfach in seligen Worten auch wirklich gute Spieler im Umschaltspiel hat. Dass wir halt eine gute Kontraubsicherung brauchen. Und da haben wir uns dann einfach teilweise zu einer Hilfe halten. Die inneren Linien waren offen bei den Außenballenspielern. Da war ich überhaupt nicht zufrieden. Nach vorne haben wir es ordentlich gemacht. Wir haben auch ein paar Chancen. Wir waren an das Tor noch an der Standard. Aber ganz klar. Also wir haben dann zwei, drei Situationen im Konter zugelassen. Und man einmal bei Marco Hüller natürlich sehr gut hält. Und das andere Mal, der, glaube ich, Sidesmarth über das Tor schießt. Also in der ersten Halbzeit war ich gerade auch in der Defensive verhalten. Da war ich überhaupt nicht zufrieden. Auch im Nach-Vorn-Verteidigung von der Viererkette haben zu tief verteidigt. Aber die Nach-Vorn-Verteidigung sind so oft nach hinten gegangen. Deswegen waren die Abstände auch zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen zu groß. Also das sind dann Sachen, die wir wieder schrauben können. Und wo wir dann auch wirklich auch detailliert nochmal arbeiten müssen. Und die zweite Halbzeit war natürlich auch im 2-0. Da haben wir auch was verändert im Anlaufen. Haben auch ein bisschen mehr Zugriff daran gehabt. Haben auch gesehen, dass für den Porten nicht mehr so viel Chance hatte in der zweiten Halbzeit. Und wir auch immer wieder gefährlich vor das Tor kamen. Und das zweite, was ich ein bisschen gemerkt habe, oder wo ich das Gefühl gehabt habe, dass leider doch, ich hätte es nicht gedacht, aber das Spiel gegen Buchbach hat, wo er ein bisschen in die Knochen gesteckt hat. Wir waren nicht so spitzig, nicht so aggressiv, auch nicht so laufstark. Also deswegen haben wir jetzt bis zum nächsten Spiel Gott sei Dank nochmal ein bisschen mehr Zeit. Dann können Sie das Spiel wieder regenerieren. Wir können jetzt analysieren, was wir gut gemacht haben, was wir schlecht gemacht haben. Aber wichtig sind natürlich erst einmal die drei Punkte, weil wir haben heute vorgelegt. Jetzt können wir morgen schauen, was die anderen machen. Dann kommen die Tore jetzt unter Föhring zu uns. Dann haben wir wieder die Chance, drei Punkte zu holen. Und so können wir die Gegner, die hinter uns sind, immer wieder unter Druck setzen, dass sie die Spiele gewinnen müssen. Und das wollen wir auch weitermachen. Danke. Dankeschön.